Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Ranking Stage meiner Top 11 Games 2023 und ja, wir sind, wir nähern uns langsam der Top 5, aber erstmal fangen wir an mit meinen Plätzen 7 und ja, wollen wir nicht lange drum reden, denn mein Platz Nummer 7 ist eines der technisch besten HD Remaster in dem Jahr, meines Erachtens nach und die Rede ist von Fatal Frame 4 Mask of the Lunar Equipment bzw. Project Zero, die Maske des Mondscheins oder sowas. Jedenfalls, ich würde immer sagen, Fatal Frame, äh, Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse. Das ist ein Spiel, das von natürlich dem Dead or Alive Team, Tecmo, äh, Nintendo, äh, weil das, weil das ab dem Moment Nintendo exklusiv war und Grasshopper Manufactory mitgemacht haben. Äh, das kam 2008 auf der Nintendo Wii exklusiv bis heute, äh, in Japan raus und es ist eine Schande, dass, äh, diese Reihe mit Teil 5 so in die Binsen gegangen ist, wobei Teil 5 ja hier rausgekommen ist und, äh, die Reihe komplett getötet hat und ich denke mir einfach nur so, ja, schade, denn, ähm, Fatal Frame, die Fatal Frame Reihe zeichnet sich dadurch aus, äh, das ist vollkommen japanischer Geisterhorror, also das ist jetzt nicht irgendwie brutaler Horror, Action-Horror, da muss schon auf diese quasi Ästhetik ein bisschen stehen, da fliegen halt Geister dir, äh, in die Linse und, äh, dann kämpfst, dann fotografierst du sie ab. Ähm, die Atmosphäre spielt dabei und die Atmosphäre, Lichtstimmung und natürlich noch die psychische, kranke Darstellung von japanischen Horrorfilmen, ähm, ähm, ja, die ist halt Teil dieser Atmosphäre und Fatal Frame 4 wird meistens gehandelt als der zweitbeste Teil in der Reihe, wenn ich mich richtig entsinne, denn der beste wird immer noch gehandelt, Fatal Frame 2, äh, Crimson Butterfly, den ich zum Teil damals gespielt habe, aber keine großen Berührungen mehr mit Fatal Frame habe, weil natürlich, äh, es ist ziemlich immer wichtig damals und wie heute auch, äh, Vermarkt, ähm, ja, Werbe, die Werbekampagne, um beziehungsweise ein bisschen Vermarktung zu machen und am Anfang des Jahres, irgendwo im März, äh, kurz, kurz vor dem Release von Resident Evil 4 Remake wurde halt Fatal Frame 4, Mars Club der Lunar Eclipse, einfach so gedroppt, äh, und da wurde das schon natürlich mit einem Trailer beworben und leider nur in der digitalen Form und ich dachte so, nee, dieses Spiel will ich tatsächlich physisch haben und diese physische Variante gibt's halt nur in der asiatischen internationalen, äh, ja, Verpackung und sie ist fantastisch, äh, daran zu kommen ist natürlich eine ganz andere Sache, da muss man natürlich den Händler seines Vertrauens haben, äh, aber dass das Spiel hier für satte 60 Euro angeboten wird für einen, für einen Titel, der über 10 Jahre einfach nicht vorhanden war, äh, für den europäischen Markt und quasi eine Reihe ist, die nicht jedem sofort irgendwie ein Begriff ist, äh, ist das natürlich ein harter Schlag, aber für die Technik, die sie da geboten haben, ist einfach fantastisch, ähm, da ich damals natürlich das Original nicht gespielt habe beziehungsweise nicht meine Wii besaß, äh, ist für mich Fatal Frame 4 eine sehr interessante Erfahrung äh, man spielt hier diese Ryuka, Ryuka, ne, you see, äh, la la la, äh, Ryuka, ne, ja, nee, Ruka, äh, Minazuki, äh, spielt man hier, also das ist eigentlich unser Hauptparagonist, man spielt noch zwei weitere, einmal einen noch Detective Vermittler und dann noch eine, äh, äh, andere Kindheitsfreundin von, äh, Ruka und es geht darum, diese Mysterien, äh, auf dieser Insel, wo sie damals als, ja, Propheten für den Mondschein, ähm, äh, also für die Mondpriesterin, ähm, ja, da sein sollten, äh, äh, da ging ziemlich kranker Scheiß ab und, äh, Ruka wird zu dieser, ähm, ja, das sind halt, ja, natürlich sehr gut aussehende Menschen, ähm, alles natürlich Top-Mädels, natürlich Brustphysik, wie soll es auch anders sein, Tecmo muss es machen und es gibt natürlich auch Bonuskostüme, wo natürlich die Mädchen weniger bekleidet sind, es gibt natürlich einen Foto-Modus in einem Foto-Geister-Horrorspiel und, äh, die Stimmen, äh, die Stimmen der Vergangenheit rufen alle die vergangenen Kinder dahin, zwei davon sind bekanntermaßen wieder, äh, sind, sind erschienen und, äh, sind erschienen als Todesopfer, wo ihre Gesichter vollkommen verformt waren und die Frage stellt sich natürlich, hm, hat das irgendwas mit der Vergangenheit zu tun und so langsam aber sicher ruft die Vergangenheit diese beiden Mädels auf und natürlich auch der Ermittler, der damals die Kinder befreit hat. Ähm, das alles ist ein bisschen, äh, ist deutlich spannend erzählt, hat einen sehr tollen atmosphärischen Aufbau, die Kämpfe, damit muss man ein bisschen klarkommen, man hat bestimmte Filme, man hat den regulären Film, man hat dann einen, glaube ich, 90er Film, also einen blauen Film und auch mal einen grünen Film und da gibt's nochmal einen Special Roten, der ziemlich viel abzieht und man kann damit Kombos machen, äh, sobald der Fokus dann so dieses Auge einmal richtig krass sich anstrengt und dann, bam, hat man den Fettelframe, das sieht man auch, das ist auch ziemlich Arcade-mäßig gebaut, äh, man kriegt immer so Punkte und man kriegt, äh, so gewisse Sachen, wo man nachher die Kamera Obscura, das ist nämlich die Waffe, um die sich dreht hier, beziehungsweise das ist das Objekt, mit dem wir die Geister, äh, uns erwehren und das sind alles immer verschiedene Geister, Geister, die, äh, in diesem Hotel gewohnt haben, beziehungsweise in diesen Anwesen und die Story muss man ein bisschen selbst erleben, dies, äh, ich würde euch auch empfehlen, ein bisschen mit dem Guide zu spielen, weil das Spiel lässt euch ein bisschen auch alleine, ähm, das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, wie die deutsche, deutschen Texte hier sind, weil ich habe es auf Englisch komplett gespielt und, äh, man kann es auch, äh, es gibt auch eine PS5-Variante davon und es gibt natürlich auch den unsäglichen schlechten fünften Teil, den ich mitbekommen hab, das, das auf der Black Water Maiden oder sowas, jedenfalls, der ist shit, ähm, ähm, dann gönnt euch lieber Fatal Frame 4, beziehungsweise Project Zero, äh, die Maske der Mondfinsternis tatsächlich, glaube ich, oder Mondpriester, dann heißt das, jedenfalls würde ich euch den eher empfehlen, wartet lieber im Sale, falls da einer kommt, ich glaube aber nicht, aber das Problem, was dieses Spiel hat, ist einfach, das ist auch eine Survival-Horror-Marke und das so kurz vor Resident Evil 4 Remake rauszuhauen, war wirklich kein schlauer Schachzug, das hätte man lieber nach Resident Evil 4 rausbringen sollen, aber nichtsdestotrotz, es war für mich persönlich eine tolle Erfahrung, dieses Spiel hat auch, ah, naja, gute Kostüme, wo die Mädels nicht so, äh, freizügig gezeigt werden, die auch thematisch zu der Story passen, es gibt natürlich, es gibt nach dem ersten Durchspiel einen Arcade-Modus, wo man gewisse spezielle Items freischaltet für die Kamera, um viel besser durch den Dings, äh, durch die, durch das Spiel zu kommen, und dann gibt's noch eine spezielle, ähm, noch einen super, super schweren Schwierigkeitsgrad, wo man auch das zweite Ende bekommt, ich hab's mich leider noch nicht herangetraut, da das Spiel, wie gesagt, diese Steuerung ist, ja, es ist jedenfalls auf den Analog-Sticks belegt, ähm, die, die technische, grafische Seite ist natürlich toll, okay, die Tür, nicht alles ist Gold, was glänzt bei Fatal Frame, aber für ein 2008 gemachtes Spiel für die Wii U, äh, für die Wii, ähm, das ist schon echt krasser Shit, also da merkt man schon, dass Tecmo, äh, richtig gute, äh, richtig gutes Zeug, äh, drauf gehabt haben, und schade, dass sie sich so in die Binsen gefahren haben mit Ninja Gaiden 3 und Dead or Alive 6, dass die leider einfach nicht mehr dabei sind, und dass Fatal Frame, ja, Nintendo, in Nintendos Händen vielleicht noch ist, ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, wo die Fatal Frame Marke jetzt da ist, aber Fatal Frame 4 hat mir persönlich viel Spaß gemacht, es war eine sehr interessante Erfahrung, äh, man ist so quasi 14, 14 bis 15 Stunden unterwegs, je nach Schwierigkeitsgrad, und, äh, die Checkpoints sind ein bisschen, ja, relativ fair belegt, muss man sagen, äh, ich kann euch da, ich kann das jedem empfehlen, der so ein bisschen Interesse hat an einer anderen Survival-Horror-Erfahrung, die einzigartig ist, und die, äh, ja, die total ihre Daseinsberechtigung hat, und ich würde das gerne mit einer, in einer neuen, in einem neuen Teil sehen, mit einem, mit einem neuen Art Design, neuen Style und so weiter, denn, ähm, die ganze Thematik, die dort ist, äh, man muss den Boss nämlich mit einem Musikstück besiegen, das man Stück für Stück lernt, und, äh, die ganze Vergangenheit, und wie das aufgeklärt wird, klar, man gruselt sich jetzt nicht so heftig, also man pisst sich jetzt nicht so ein, sage ich mal so, aber diese grauenhafte Atmosphäre bringt das wirklich gut bei, es ist, wie gesagt, sehr stark an japanischen, ähm, folklorischen, äh, Horror angelehnt, und das muss man sich schon, äh, da muss man sich schon drauf einlassen, sonst ist das Spiel für einen ziemlich nichts, man muss auch ziemlich viel lesen, man muss, man kann auch sozusagen Bonus-Sachen machen, aber, so, in dem Sinne, äh, ja, das Spiel kann auch ziemlich schwierig sein, äh, man muss auch ein bisschen klarkommen, wie gesagt, mit der Steuerung der Kamera, und wie die Charaktere, wie gesagt, äh, du steuerst Charaktere, das sind ganz normale Mädels, die jetzt nicht rumrennen, äh, das sind Mädels, die, äh, ja, ganz langsam rennen, und so weiter und so fort, das ist halt, ja, das ist nun mal so, das ist das Design des Spiels, ähm, die einzige andere Kampfmechanik ist halt mit dem Ermittler, äh, den man spielt, äh, der mit einer Taschenlampe agiert, und die wird auch natürlich storytechnisch auch gut erzählt, denn er wird nämlich beauftragt von der, äh, Mutter von Uruka, äh, mit der Lampe sie zurückzuholen, das ist eigentlich seine Aufgabe und, ja, er hat aber auch eine starke Verbindung zu diesem Fall und da hat er natürlich noch eine eigene Rechnung sozusagen noch zu begleichen, und das ist ziemlich, äh, interessant, äh, ich muss sagen, das war eines der interessantesten Spiele dieses Jahr, 20, 23, und das technisch beste Remaster, weil, ja, okay, nicht, alles ist flawless, wie gesagt, manche Türen, äh, Tür, Tür, äh, Türen sehen nicht so geil aus und so weiter und so fort, aber für ein Spiel, was von 2008, was sonst bei Charaktermodell, Lichtgestaltung, äh, beim Sound muss man ein bisschen aufpassen, da wird manchmal ein bisschen zu laut, aber das trägt natürlich zur Stimmung bei, sonst insgesamt ist das technisch, äh, wirklich eines der besten Remaster, da hat man sich wirklich hingesetzt, um das für die neuen, äh, technischen Konsolen wirklich gut aussehen zu lassen, die Charaktermodelle sind wahnsinnig super, ähm, und, äh, wer sich darauf einlassen kann, wird, äh, wird damit einen wirklichen Spaß haben, Fatal Frame 4, äh, The Mask of the Lunar Eclipse, oder wie es hier heißt, äh, Project Zero, die Maske der Mondpriesterin, glaube ich, äh, ich hoffe, ich hab's richtig gesagt, ja, 60 Euro ist ein harter Preis, äh, versucht euch doch vielleicht die, äh, äh, asiatische, internationale Version zu holen, dann müsst ihr euch natürlich einen chinesischen Account machen, um die PS5 Variante zu holen, weil das gibt's leider nur physisch für die PS4, das ist nämlich ein Cross-Plattform-Titel, ähm, äh, wenn ihr aber euch bequem seid und euch die deutsche Version holen wollt, also mit dem deutschen Texten, das wird nämlich immer in der, im O-Ton gesprochen, auf Japanisch, ähm, ja, dann kann ich euch, ich kann das euch, ich kann das demjenigen filmen, der interessiert ist an einer anderen Spielerfahrung und einen etwas anderen Horror-Aspekt, den man so lange nicht mehr gesehen hat und ich würde mir wünschen, dass das heute ruhig neben Resident Evil etwas geben kann, wie das hier. Alles klar, das wäre mein Platz Nummer 7 und kommen wir zu Platz Nummer 6. So, kommen wir zu Platz Nummer 6 und das ist eines der, ja, größten Fighting-Game-Releases dieses Jahr, das kam nämlich am September, glaube ich, raus und die Rede ist von Mortal Kombat 1. Ja, Mortal Kombat 1, wo es angekündigt wurde, ich war skeptisch bis auf die Knochen, ich dachte mir so, wieso macht man nochmal ein Reboot? Es wurde die ganze Zeit verkauft mit, ja, A New Timeline, äh, ja, und, äh, und so weiter und so fort, obwohl wir einen Liu Kang sehen, den man aus Teil 11 kennt, ja, Charaktere, die neu interpretiert werden sollen und, ja, ich als Mortal Kombat Fan war ziemlich skeptisch, wie, äh, das nächste Kampfspiel von Narrowham Studios überhaupt sein sollte, denn Ed Boone hat eigentlich gesagt in einem Interview, dass sie was anderes mit der Mortal Kombat Marke machen wollten, nach Teil 11 und, ja, nach dem großen Hack-Mack mit, ja, Warner Brothers, äh, bestimmte Abteilung von Warner Brothers, die in der Verhandlung standen und nicht wusste, wo Narrowham da mit drin gehangen hat und so weiter und so fort. Mittlerweile ist das dann fertig und Mortal Kombat 11 ist ja für mich eines der, ihr Magnum Opus, äh, das Resultat aus über, schon sagen wir 30 Jahren, äh, knapp über 30 Jahren, äh, ja, Videospielgeschichte und das kombiniert halt in Mortal Kombat 11 mit einem wahnsinnig tollen Abschluss, klar, das wurde mit Aftermath nochmal ein bisschen aufgebrochen, ähm, und man hatte jetzt eigentlich gedacht, hey, wir kommen jetzt zu den Anfängen zurück und das wird, denke ich mal, irgendwas in der, in der Richtung von Schaune Monks. Schaune Monks war damals ein isometrischer, aus, aus, aus isometrisch Perspektiven, Multiplayer, äh, Beat'em Up Game, was wirklich, äh, ein Fanliebling ist unter den Mortal Kombat Fans und ich muss sagen, ja, das ist ein heilen Spaß, vor allem, wenn man nachher, äh, Scorpion und Slap Zero Frey spielt und mit den beiden dann richtig abgehen kann, ähm, ja, Pustekuchen. Anscheinend wollte Warner Brothers, hat Warner Brothers gesagt, Nevermind, ihr macht jetzt das nächste Mortal Kombat. Keine Justice, keine, keine, äh, Experimentfreudigkeit, weil Injustice diente immer als ihr Experimentierspielplatz, ja, mit der Lizenz haben sie immer die Sachen probiert, zu machen, oh, was können wir machen, was können wir hier machen, und so weiter und so fort, und das haben sie dann adaptiert und verbessert in ihrem Schätzchen Mortal Kombat gebracht. Jetzt gibt es keinen Zwischenschritt mehr und Mortal Kombat 1 ist dann rausgekommen. Ich hatte absolut, absolut keinen Bock auf dieses Spiel, weil, äh, sagen wir mal, also, wie gesagt, mir gefielen die Designs schon mal gar nicht. Mir gefiel die Idee gar nicht, was, was da gesagt wurde, so New Timeline, so Reboot, und ich dachte so, hä, wieso schon wieder? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Es, es sollten, äh, wahrscheinlich die Geschichte wurde, sollte neu geschrieben werden, und so weiter und so fort. Ich dachte so, okay, Lokeng. Und, äh, es wurde vermarktet, dass, dass keine Verbindung zum Mortal Kombat 11 haben soll, warum die 12 auf 1 übersprungen wurde. Äh, Neverrealm-Fans und Content-Creator waren hungrig nach dem Ganzen, und, naja, das Spiel ist jetzt draußen. Es sieht grafisch-mäßig ein Tick detaillierter aus, definitiv. Äh, das, äh, ist auch natürlich, äh, der Unreal Engine 4 diesmal geschuldet. Ja, sie sind immer noch nicht auf der Unreal Engine 5. Und ich muss sagen, ich, die grafische Opulenz haut mich jetzt nicht um, aber aus der technischen Sicht, ähm, sieht das wahnsinnig gut produziert aus. Das, äh, das ist etwas, was ein Mortal Kombat haben muss. Es muss immer gut produziert sein, dass man merkt, alles klar, hier hatte man eine ganz klare Vision, so soll das aussehen, so sollen sich die Charaktere bewegen, und natürlich das Sound-Design ist wieder on-plique. Ja, ähm, inhaltstechnisch ist natürlich Mortal Kombat immer ein Content-Monster. Äh, wovon ich reden will, es bietet natürlich einen Story-Modus, äh, über den ich den Mantel des Schweigens legen will, weil mir gefällt diese Story absolut nicht. Die ist so Banane und, äh, für Neulinge völlig unverständlich, da das tatsächlich eine Fortsetzung ist. Äh, nur, dass wir die Timeline von Liu Kang sehen und die, uns die Figuren handeln dort, da, da wollen sich, da wollen sich mir die, äh, Fingernägel hochkralen. Aber, hey, ich ignoriere einfach mal die Story. Also, ich finde den, ich, also, wie es inszeniert ist, klar. Also, das ist natürlich, äh, Peak-Inszenierung. Also, wie sich natürlich der Story-Modus inszeniert, äh, das ist natürlich ohne Zweifel erhaben, aber was in der Story passiert und wie sie geschrieben ist, ah, ich gehe, ich entferne mich mal davon. Genau wie die Charaktere mich sehr wenig tangieren, ne? Also, was haben wir hier? Wir haben einen Skorpion, der aber nicht Hanzo Hasashi ist, sondern Bi-Han. Äh, nee, nicht Bi-Han, sondern Kuai-Leng, der Bruder von Bi-Han. Bi-Han ist hier und Bi-Han handelt auch ganz schön, ja, er ist halt immer noch der zwielichtige Sub-Zero, aber, was soll man machen? Ähm, Johnny Cage bleibt irgendwie doch Johnny Cage. Ähm, relativ, also. Und Raiden ist anstatt Kang-Lao der Auserwählte, was mir völlig abhandengekommen ist. Ähm, aber das, aber man sieht so ein bisschen so, ja, Liu Kang hat so ein bisschen Vaterkomplex, was Raiden angeht anscheinend, und dachte so, hey, ich mach den jetzt zu meinen Chosen One. Er macht aber, er organisiert Mortal Kombat, äh, in dem Sinne, äh, wo es einfach nur geht, irgendwie die Verträge aufrecht zu erhalten und so. Also so Peace und Frieden und das gereiht außer Rand und Band. Und hier werden auch Charaktere aus den 3D-Spielen reingebracht, wie Ashra, Havik, äh, und Limei. Das sind die drei prominentesten jetzt, die ich auf den Konten. Nitara ist noch dabei, ähm, Reiko ist noch dabei, aus dem unsäglichen vierten Teil. Äh, ja, kann man so hinstellen, wie man will. Das Rollster ist sehr groß. Ich glaub, mit 23 Charakteren hat das gestartet. Das sind natürlich jetzt, äh, deutlich mehr als bei Street Fighter 6. Aber, was Mortal Kombat 1 ausmacht, ist, finde ich, also es hat noch diesen Invasionsmodus, der mir, wie gesagt, auch nicht so anzieht. Also ich finde, in Invasionsmodus, es ist eben wie diese Idee aus Deadly Alliance, wo man eine gerade Linie gegangen ist, da hat man natürlich jetzt nur die Kombus kennengelernt, hier ist das jetzt so ein, ja, Spielbrett, wo man gewisse Aufgaben erledigt. Das kann man cool finden. Ich finde das nach einer Zeit, äh, ich finde, das motiviert mich so, nicht so ganz. Also ich fand den so ein bisschen lahm. Persönlich, ich nutze ihn vielleicht für die saure Gurkenzeit, wenn ich wirklich nichts zu spielen habe. Dafür ist er wirklich gut, um Zeit tot zu schlagen. Aber, so wirklich, äh, spüle ich da nicht die, ja, ich weiß nicht, ich spüle da nicht so die ganz, äh, die ganz große Innovation da, oder beziehungsweise den Spaß, den mir ein Mortal Kombat sonst bietet. Äh, ja, was soll man machen? Äh, ich hätte doch lieber eher wieder so eine Krypta gehabt und die nächste Evolution davon. Nein, äh, sie müssen, äh, sie mussten irgendwie was anderes machen. unter anderem hat Mortal Kombat auch ein teilweisees Problem im Netcode, äh, also Netcode-Gameplay, ähm, das ist ein bisschen rough und, äh, da muss ich schon sagen, man merkt, dass dieses Spiel deutlich nicht die Vision von Neverman, beziehungsweise von Ed Boon und seinem Team ist, sondern tatsächlich ein Warner Brothers Produkt ist. und das spürt man zu jeder Pore, denn wir haben eine Megan Fox, die Nitara synchronisiert, ähm, wir haben einmal Jean-Claude Van Damme nur als Skin für Johnny Cage, nicht als eigenen Kämpfer und, äh, ja, und dann haben wir noch so, äh, gewisse Sachen wie Monetarisierung und, äh, ja, sofort, ich würde nicht sagen so Free-to-Play-Allüren, hier, aber, äh, davon ist Street Fighter 6 auch nicht gescheit, äh, das will ich nur mal sagen, weil die DLC-Politik ist ziemlich hart, äh, zwölf Euro für, es war also zum Anfang dieser Feiertags-Fatality für Halloween, der hat zwölf Euro gekostet, zwölf Euro für ein Fatality, den du maximal dir zwei-, dreimal anguckst und dann vielleicht nie wieder, äh, weil die Wirkung nachher nachlässt, äh, und ich finde, die sind danach zurückgerudert und es gibt massig haftig Kleidung und Farbpaletten, also, das ist so ein Aspekt, diese Free-to-Play-Monetarisierung, diese Mikrotransaktion, die gefallen mir schon nicht so ganz, aber, ja, Warner Brothers riecht das Geld, definitiv. ähm, was ich gut finde an dem Ding ist, äh, so oft, dass man mit seinem Lieblingskämpfer kämpft, ähm, umso mehr schaltet man frei, man schaltet so Karten frei für sein Profil, äh, neue Brutalities, die Kombination für die Fatalities, äh, Siegesposen und so weiter und so fort, das finde ich ziemlich cool, das ist eine coole Idee, das ist so wirklich so eine Idee, die hätte es irgendwie irgendwo geben müssen. Was ich definitiv sehr begrüße, und das ist der Grund, warum ich dieses Mortal Kombat tatsächlich irgendwo gut finde, ist das Gameplay. Das Kampfsystem brisurte nämlich auf, äh, eine weiter, eine, ja, einen neuen Spin, eine neue Art von Gameplay, die wirklich, wo die Charaktere viel mehr drauf haben, als im Elfer und, äh, nicht mehr so kalkuliert sind, durch den Aspekt, dass man jetzt die Cameos hat. Bei den Cameo Fightern hat dann alle, äh, oder wie gesagt, das ist der größte Kritikpunkt, äh, den die Fans haben, also da spalten sich die Geister. Die Cameos haben sie, äh, wirklich gut eingebracht. Ich dachte zuerst, ach, das ist jetzt wirklich nur noch Killer Instinct, äh, Cross dem System von King of Fighters 2001. 1, beziehungsweise, also in dem Assist Mode von 2000, äh, und, äh, da hab ich mich ein bisschen geirrt. Klar, Kombo-lastig ist es hier, aber definitiv. Also man merkt so, das hat King of, äh, das hat Killer Instinct Allüren, aber lange nicht so extrem. Äh, also definitiv, Mortal Kombat 1 baut auf Kombos, 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 und die Kontrolle von einem Kämpfer, da die Charaktere wirklich viele Möglichkeiten haben, jetzt durch die Cameos. Und die Cameos sind alle, bieten eine ganz neue Strategie aus. Da sind, äh, Cameos, äh, ja, die nutzen sie wahrscheinlich, äh, werden wahrscheinlich genutzt, auch um Charaktere reinzubringen, die vielleicht später nicht als volle Kämpfer ins Spiel schaffen. Äh, die haben sogar auch eigene Fatalities, eigene Brutalities, und, ja, das ist alles sehr nett und sehr cool, das macht Spaß. Ähm, das Kampfsystem ist wirklich gut. Also das muss man, äh, den Leuten lassen. Also das Kampfsystem musste und hätte irgendeine Art existieren müssen. Und das ist das Einzige, wo ich sage, ja, das ist das, was das Spiel wirklich oben hält. Äh, wenn man sich mit dem Kampfsystem arrangieren kann, mit dem, ähm, Cameosystem, dann ist es schon sehr krass individuell. Natürlich, äh, von weit her betrachtet wird man sagen, ah, haben wir schon mal alles gehabt, aber das ist tatsächlich was ganz Eigenes. Das hat einen ganz eigenen Spin, und das gibt's doch wirklich kein zweites Mal. Das Problem ist, ähm, was ich habe mit Mortal Kombat 1, und warum das hier auf Platz 6 ist, äh, ist nun mal, äh, es reißt keine Bäume aus. Und man merkt einfach, dass hier und da das Spiel sehr schnell rausgebracht wurde und sich nicht Zeit gelassen hat. Also man merkt richtig, da hätte ruhig noch ein, zwei Jährchen Platz Arbeit gebraucht. Äh, da hätte man was technisch noch machen können, da hätte man definitiv viel mehr eine bessere Vision haben können und Planung haben können. Äh, das merkt man aber leider auch an den Designs von den Charakteren, was, wo ich mir sage, das ist so ein bisschen, ja, 0815 ein bisschen. Bei gewissen Charakteren muss ich sagen, das gefällt mir schon irgendwie, aber auch nicht ganz. Da fand ich, Mortal Kombat 11 war, du hast das gespürt an jeder Ecke, dass diese Designs, diese Vision von Mortal Kombat, die war spürbar, die war da, die, da war Budget dabei, die hatten Gastcharaktere dabei, wie ein Robocop, wie ein Rambo, wie ein Terminator, wie ein Spawn und natürlich, mein Gott, Joker, hau mir bloß ab, aber, ja, wir hatten sowas und, äh, wir haben jetzt, äh, die Gastcharaktere sind jetzt dann komplett, äh, Warner Brothers, also, was heißt Warner Brothers Charaktere, das sind jetzt amerikanische Comic Charaktere und, puh, äh, äh, ja, drei Comic Charaktere, also Comic Gast Charaktere, äh, einer gememt von John Cena als Peacemaker von dem super guten Suicide Squad, ähm, dann haben wir einmal Homelander aus The Lost Boys, nicht, äh, synchronisiert vom Original Darsteller, weil das ist auch nochmal irgendwas, und dann haben wir einmal Omni-Man von Invincible, und Invincible kennt nicht jeder, der nicht unbedingt die Säde auf Amazon Prime gesehen hat oder die Comics gelesen hat, weil das natürlich, äh, eines der letzten großen Comic Phänomene in Amerika war, und natürlich kennt keiner hier Omni-Man, aber der wird tatsächlich gesprochen von, äh, einer auch einem großartigen Schauspieler, so, Quan Chi ist jetzt da, äh, das, äh, also, im Zeitpunkt der Aufnahme sind Omni-Man und Quan Chi sind wieder da, ähm, wirklich, ich, also, sie tun wirklich ganz andere kreative Sachen, ähm, mit den Charakteren, also, das muss ich schon sagen, das ist ziemlich kreativ, äh, und, äh, wie gesagt, dieses Spiel lebt von seinem verdammten Gameplay, was das Netcode angeht und Online-Gameplay, äh, ist rough ein bisschen, aber wer sich darauf einlässt, kann vielleicht Spaß haben, ich nutze es nur, um mit meinen Freunden ein bisschen Spaß zu haben, ich sehe nicht, also, Mortal Kombat 1 im Gesamten, auch das Marketing, das fühlt sich alles so, das hat sich alles so richtig falsch angefühlt, denn die wird ein Reboot verkauft, was kein Reboot ist, sondern eine tatsächliche, es ist Teil 12, Punkt, es ist Mortal Kombat 12, und da wurde nur eine Eins draufgepackt, damit das verkauft wird, mit der Timeline, und hast du nicht gesehen, und das ist so, ich habe auch Ed Boon lange nicht mehr so, in der Marketing-Kampagne so wenig gesehen, und dass er irgendwelche Wörter in den Mund nimmt, wo ich mir sage, das hättest du niemals gesagt, du stehst hinter deinen Fans, du bist, du bist einer, der mit deinen Fans trollt, und Spaß hat, und, und so weiter, und so fort, klar, er musste sich Scheiße ergehen lassen, denn Mortal Kombat Fans, können auch mega toxisch sein, was Melina zum Beispiel angeht, die in 11 später reingekommen ist, und immer noch einen Fehler hat, in ihrem M-Punch, aber, Mortal Kombat 1 ist ein gutes Kampfspiel, da kriegt man ein regelrecht gutes Paket, wenn man damit d'accord ist, wenn man mit dem Kampfsystem umgehen kann, für mich bleibt es nur ein gutes Kampfspiel, Ich habe so meine Mains gefunden, das ist ein Spiel definitiv, wo man auch tatsächlich mit einem Kämpfer tatsächlich kämpfen soll, weil die Möglichkeiten wirklich groß sind, es gibt natürlich auch ein paar Problemchen, ein bisschen, was die Kollisionsabfrage ein bisschen angeht, aber ansonsten ist es ein gutes Kampfspiel, was aber deutlich von einem, von einem Street Fighter 6, und natürlich einem Tekken 8, deutlich überschattet wird, weil es unbedingt rauskommen musste, also ich weiß nicht, warum Warner Brothers das so hart gerusht hat, und unbedingt diese Monetarisierung so dahin gepusht hat, ja, ich weiß nicht, aber davor ist Street Fighter 6 auch nicht gescheit, was die DLC Politik angeht, das ist etwas, äh, was, äh, das ist, ähm, ja, ich finde, der Sprung auch von Mortal Kombat 11 zu Mortal Kombat 1 ist jetzt nicht der aller, allergrößte, aber er ist spürbar zu sehen, es ist ein Top-Produkt, ich möchte, ich möchte wie gesagt nochmal die, äh, Technik, die Sound-Design und das Kampfsystem wirklich loben, äh, äh, also wenn ihr das irgendwo für einen günstigen Thaler bekommt, für 30, 40 Euro ist es vollkommen wert, weil da hat man noch ein gewisses Paket dabei, äh, aber für mich ist das leider kein Vollpreis wert, tut mir leid, also da hab ich, da bin ich als Mortal Kombat Fan ein bisschen, äh, ja, verwirrt, ein bisschen sauer, und ein bisschen, ja, abgestoßen, was, wie es, ähm, wie es halt verkauft wurde, aber das ist halt nur meine Meinung, ihr könnt ja unter den Kommentaren schreiben, wie ihr zum Mortal Kombat 1 steht, ob das für euch das allerbeste Kampfspiel ist, äh, es war, das ist auch das erste Mortal Kombat, weil natürlich Mortal Kombat 11 sich so verkauft hat, das ist das Mortal Kombat, was, äh, am meisten, ja, äh, die gespaltenste Meinung je hatte. Es gab eine ganz klare, deutliche Meinung bei Mortal Kombat 11, und es gab auch ganz klare Meinung bei Mortal Kombat X, und Mortal Kombat 9, aber hier steigen sich wirklich die Geister, und ich kann es verstehen, denn dieses Spiel hat nicht die Flawless, wie ein Mortal Kombat 11, und das musste ich auch leider damit messen. Trotz alledem, es ist ein gutes Kampfspiel, mehr aber auch nicht. Wenn man jetzt kein Mortal Kombat Fan ist, oder nicht auf diese Art von Fighting Games steht, dann sollte man ein Bogendurm machen. Äh, auf jeden Fall, aber wer alle, wer alles Interesse hat an dem Spiel, und, ja, wie gesagt, es ist kein leichtes Kampfspiel, definitiv nicht. Ähm, das Spiel verlangt von dir gewisse, äh, Aufmerksamkeit. Ja, es hat Tutorials auch, es erklärt ja das Kampfsystem, aber, ich finde, in einem Weg, der viel zu komisch ist, jetzt deutet, jetzt merkt man auch, nach den Patches, dass gewisse Kombos auch nicht mehr gehen, in den Tutorials, wo man denkt so, äh, Leute, das müsste eigentlich umgestellt werden. Da sind so ein paar Sachen, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, was Neverland da reitet, aber, ja, ich weiß nicht, wie die, äh, ja, die Hardliner sind, äh, geteilter Meinung, äh, manche, äh, die meisten kritisieren das Cameo-System, denn man kann tatsächlich kein One-on-One machen, aber, das Cameo-System ist nun mal integraler Bestandteil des Kampfsystems, und wer sich damit nicht arrangieren kann, ja, der hat dann leider verloren, ähm, ja, jedenfalls, Mortal Kombat 1 ist ein, eines, ja, der zweitgrößten Kampffspiele in dem Jahr 2023, ein solides Produkt, äh, mehr aber auch nicht, es geht einfach nicht mehr darüber hinaus. Davon hat Street Fighter 6 um einiges besser gemacht, meiner Ansicht nach, aber das liegt vielleicht auch daran, da ich vielleicht, äh, eine andere Sicht, oder beziehungsweise, Beziehung mittlerweile habe, zu Street Fighter Mortal Kombat, aber, nichtsdestotrotz, äh, was Mortal Kombat 1 hervorbringt, es macht Spaß, und wenn euch dieses Spaß, äh, wenn ihr in diesem Spaß interessiert seid, äh, kann ich es empfehlen, aber, wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt aber keine Fans von Mortal Kombat, äh, oder Fighting Games seid, oder, jedenfalls dieser Monetisierung, oder diesen Cameo System, tja, dann müsst ihr mal gucken, wo ihr sie vielleicht probisch spielen könnt, äh, auf jeden Fall wollen wir mal schauen, wie sich Mortal Kombat 1 halten wird, ich sehe, äh, ich sehe nicht viel, also, ich sehe nicht Mortal Kombat 1 ziemlich hoch, aber, das wird die Zeit zeigen, alles klar, äh, ziemlich lang, ziemlich langer Monolog, es geht natürlich um eines meiner Lieblingsserien, um eines, äh, meiner Fighting Games, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin, ähm, und, ja, es ist ein bisschen schade zu sehen, dass dieses Produkt nicht so, äh, flawless ist, und man spürt, dass das deutlich ein Warner Brothers Produkt ist, also, da gibt es so, wie gesagt, wie auch mit den Charakteren umgegangen wurde, und die Designs, das ist so alles bla, so, hm, Commerz, ich weiß nicht, äh, muss gut sein, muss mir aber nicht persönlich schmecken, aber ich habe Hauptsache Spaß an dem Spiel, alles klar, das wäre es mit meinen Plätzen 7 und 6, meiner Top 11 Games 2023, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch ein Like da, und einen Kommentar, und, äh, ja, wenn euch nicht nur meine Ranking Stage gefällt, hinterlasst doch einen Daumen da, und kommentiert fleißig, was eure Meinung zu den beiden Spielen ist, und, ja, ich würde sagen, ich bin die Kate, das ist Game Stage 5, und wir sehen uns mit meinen Plätzen 5 und 4, Bye, 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 bye,